Das Ende der Welt von Nova Chrysalia steht bevor und in 13 Tagen wird nichts von ihr übrig sein. Chaos beherrscht die Welt. Doch obwohl der Planet dem Untergang geweiht ist, gibt es immer noch Hoffnung für alle, die hier leben. Nach Jahrhunderten in der Kristallstarre ist eine Heldin erwacht. Eine legendäre Kriegerin in gottgegebener Mission, um die Seelen der Menschheit zu retten. Ihr Name? Lightning. Lightning Returns Final Fantasy XIII ist ein spannendes neues Action-Rollenspiel und der aktuelle Titel der legendären Final Fantasy-Serie von Square Enix. Mit einem komplett neu entwickelten Kampfsystem, mehr Erkundungsmöglichkeiten in einer offenen Spielwelt und einer direkteren Kontrolle des Spielcharakters warten zahlreiche Neuerungen auf die Spiele. Dem Spieler eröffnet sich ein faszinierendes Universum und eine spannende Handlung. Ein Abenteuer, das die Geschichte von Lightning, der aktuellen Hauptfigur der Final Fantasy-Serie, abschließt. Neben allen anderen Hauptcharakteren aus der Final Fantasy XIII-Serie werden auch einige neue Gesichter vorgestellt. Eines der Hauptziele war es, das Konzept eines von der Spielwelt geprägten Designs umzusetzen. Eine Welt, in der unter atemberaubender künstlerischer Leitung eine dem Untergang geweihte Welt voller einzigartiger und vielseitiger Erlebnisse für jeden Spieler erlebbar wird. Orte, Charaktere und Aufträge sind zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten verfügbar. Und jede Kultur der vier großen Regionen der Welt erlebt das Ende der Welt auf ihre eigene Art. Das sorgt für ein sehr vielseitiges Gameplay. Sammle Ressourcen in den Weiten der Wildlande, um deine Fähigkeiten zu verbessern und neue Gegenden auf der riesigen Karte zu erschließen. Mache in den klagenden Dünen das Beste aus deiner Fähigkeit, Dungeons zu erforschen. Sammle im Luxerion, der Stadt des Lichts, wie ein Detektiv still und heimlich hinweise. In order to infiltrate the children of Etros' rights, we need to figure out their code, the four numbers. All right, Hope. Looks like that may be one down. Und behalte im hedonistischen Jusnan die Zeit im Auge. You got something to show me? Here's my ticket. Good enough? Damn right, it's good enough for me. But can't you read? Showtime starts at six. Auf dieser epischen Reise hast du die volle Kontrolle über Lightning. Außerdem genießt sie in der Spielwelt eine Bewegungsfreiheit wie niemals zuvor. Du kannst Lightning in Kämpfen nun noch intuitiver steuern. Verwähle Lightning in Schlachtfeldern mit dem linken Stick und führe Aktionen auf Knopfdruck aus, anstatt Menüoptionen auswählen zu müssen. Das ist dein Geheimnis. Die Idee einer besseren Charaktersteuerung ist direkt mit den umfangreichen individuellen Anpassungsmöglichkeiten verbunden. Lightning kann mehr als 80 verschiedene Outfits wählen, die alle unterschiedliche Stärken und Eigenschaften haben. Und es ist möglich, jedes Outfit mit einzigartigen Waffen, Schilden, Fähigkeiten und sogar Farben anzupassen. So werden Millionen Kombinationen möglich, um Lightning deiner spezifischen Strategie und deinem Spielstil anzupassen. Deine bevorzugten Stile oder Schemata können im Kampf auf Knopfdruck geändert werden. Dies und eine Reihe weiterer verschiedener Anpassungsoptionen bieten dem Spieler eine nie dagewesene Spieltiefe. Spieler können ihre Fertigkeiten mit einzigartigen Social Media Funktionen präsentieren. Uploade deine Highscores, mache Aufnahmen im Spiel und lade sie hoch. Du kannst sogar Gegenstände, die andere Spieler erstellt haben, von Spielfiguren kaufen. All diese Elemente sorgen dafür, dass Lightning Returns ein komplett neues Final Fantasy-Abenteuer ist, das sowohl von neuen Spielern als auch von Veteranen der Serie gespielt werden kann. Wie verbringst du deine letzten Tage? Alles endet hier. Lightning Returns Final Fantasy XIII von Square Enix